Auch wenn der Mensch verloren wäre, wenn er nicht verloren wäre, so wird er gesund und bekommt wieder Hoffnung, sobald er weiß, wozu sein Leben Bedeutung hat, irreduzible Bedeutsamkeit, wenn auch nur für den ephemeren Moment. Denn das, was wir gerade eben gesagt haben, ist eine unzurückweisbare Beweiskette dessen, wozu Sprechwesen wenigstens gut gewesen wären in diesem unmöglichen Existenten, das an sich selber verzweifelt, so sind doch wir wenigstens diejenigen, die diese internen unmöglichen Möglichkeiten zu erkennen und zu dokumentieren vermochten, wenigstens, was das unglaublichste Phänomen im Universum darstellt, nach jenem allerersten organismischen Unmöglichen, welche die Ineneinnisztorgane mit ihren mehrfachen 6, 7, 8, 9-fachen Innenpolyp-Einstülpungen darstellen, um die Verwicklung perfekt zu machen und das Lachen kosmisch. und das Lachen kosmisch.